mein freund ist trittags am start und heute zu einer weiteren folge fortnight vor einer woche kam glaube ich der hochstapler modus haus oder vor zwei wochen schon keine ahnung auf jeden fall haben wir dazu schon mal ein video gemacht da sind wir nur agent geworden und meint hier lässt es in dieser folge hochstapler zu werden und ich hoffe wir schaffen das ganze auch warum immer wenn ich ein video aufnehmen tanzt irgendjemand copyright tänze wenn ich kein video aufnehmen dann kann es niemand copyright tänze es ist immer so ein freundes fällt auf der boden ist doch aus den season 8 live event aber wo die leute die trommelgarn wieder reingebillt haben ist es nicht der boden also wenn ja dann krass irgendwas hat das noch damit zu tun auch in game a da sind doch die alten maps und so wird hochstapler ja hochstapler zum ersten mal mit ariana grundy okay noch nie hochstapler war muss ich jetzt mal gucken was geht also eliminieren ist ja zwei aber wo ist sabotage also was ist sabotage ich mache es mal ich bin hier um ecke und warte ich mache das jetzt richtig klug ich stelle mich hier hin wenn jemand kommt dann baum wir haben noch kein getötet hat wo er hat in kristall zu machen Ich schau mal, ich schau mal. jeder wird einst aus der arme muss aufhören die copyrights zu machen aber egal so geht was wenn ich den angucken also wenn der jetzt rausfliegen dann wir haben keine abstimmung bekommen das ist gut ok na ist der erste ganz draußen okay freunde ich würde sagen wir kämpfen uns jetzt irgendwo hin und dann können wir den ersten ich könnte mich gleich wieder irgendwo hin ich guck mal kurz auf die karte ich weiß gar nicht was ist den könnte ich tönen aber glaube ich ein bisschen auf sich oder wir können halt kein das ist halt sehr schlau wenn die vielleicht erst mal die anderen raus wo einer will für drei stimmen nein 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 warte mal ich mach mal vier einfach ich will vier bitte nicht hier auswählen ich hoffe mein meid wird nicht klingt aber gut wir müssen jetzt mal irgendjemanden killen das gute ist wir sind halt zwei hasen das sehr gut für nicht wenn er den dunklen stil hätte er verfolgt denn weil dann allerdings haben wir würden die uns vielleicht verwechseln dann würden die mich können damit sie jemanden kann das gar nicht ich glaube das ist echt so ich muss mich wieder in den einen raum rein kämpfen die frage es muss der hr ist hier ich kann mich wieder hier hin ich will noch niemanden ich will erst am Ende jemanden ich habe gerne vor dem wort bitte nicht drei als bitte in jahre jana grandi auch ich glaube die auch er hat man es und messen sich nennen wir sind so gut ich verfolgt jetzt mal irgendjemand ich gehe mal hier lang ich kämpfe hier hin zu alle sind in der mitte können halt kein köln ich gehe hier lang das war so schlau die anderen sind gerade weggegangen oha hier war ich noch nie drin let's go das magent direkt gewonnen let's go aber ich würde sagen eine runde werden wir auf jeden fall noch machen haben wir jetzt wieder hochstabler werden das wäre nice ich möchte auch mal jemanden können jetzt werden ich möchte jetzt werden wer würde ich mit leben weil wir halt eben hochstabler waren aber ich möchte trotzdem hochstabler werden ich sag jetzt schon mal ich habe so ein führer skit hochstabler wird und der habe ich jetzt einfach so schon ein gefühl alle machen copy drei tänze doch einfach solche kopf schütteln oder jubel bekennt im im von den harten skin sich ja auf die orten auch rumschlabbern sieht voll lustig aus ich zeige einfach mal auf die ich sage ich werde agent ja ich hab geht gesagt und der da drüben also zwei und sieben damit gesagt auch jetzt abhattet doch der roboter auch Prozent hier kann man da kann man den grüß auch fernsteuern das muss ich hier machen keine ahnung was man da machen muss ich habe kurz erklärt mich und gekippt wurde gekillt das war ja mein Tipp ich wollte einfach für die zwei warum macht jeder copyright tänze was ich mache irgendeinen anderen ich mache irgendeinen anderen ich mache irgendeinen anderen ich mache irgendeinen anderen tanz dass ich das nicht höre und dann wird das video gesperrt das war ja ich mache irgendeine anderen also ich mache village was weibuld ich mache genau ich lege die aber nicht ich habe ich habe ich sehe woran ich weiß damit ich habe ich meine als wenn ihr sagt Dr. Dumm ist es nicht dann ich glaube auch vier sind schuldig ihr wisst was ich jetzt macht was nein nein verteidigen h h auch schreiben für nun sollte nein einst du musst noch wurden der mit sagt hier ist hochstabler dann ist es hilft er ist so sehr vorstabler ich habe aber trotzdem verzweifelt soweit von anfang an gesagt habe aber ich glaube 6 ist es 6 ist doch safe keinem an doch der kärle okay jetzt müssen mehr aufgaben machen es ist doch selbst auch wer das schon anguckt ich kann dich bewegen epic games macht kein auge ich habe schlechtes internet okay ich sag jetzt dash ist es also der ich schreibe ich sag ja es ist warum stimmt er für fünf aber warum wartet ihr mich alle ich habe nichts gemacht hallo ich habe hallo ich habe gar nichts gemacht nein 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 da auf damit das kopf nein ich glaube die worten mich alle ich habe gar nichts gemacht hallo ich bin agent ich mir uns schuldig mann leute warte mal ich habe aufgaben gemacht wo war ich denn noch mal ich sage ja noch sturmkontrolle bei battle bus ich habe auch sturmkontrolle wo wacht h h h achtet weg Heibert verlassen Ach so, ich war Schlachtenbossberg, gesagt Ich bin noch bestimmt draußen Die haben alle eine Stimme Ja, dann haben die mich doch bestimmt alle gewählt Ja, es war so klar Ey, ich hab doch nichts gemacht, Leute Äh, ich bin Agent Oh, warum habt ihr mich rausgewählt Ja, ich verlasse dann Einfach so als Restaufgaben machen Oder einfach zugucken, ist ja langweilig Okay, Freunde, ich würde sagen Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Lasst gerne ein Like und ein Abo da Würde ich mich sehr darüber freuen Und dann würde ich sagen, haut rein und Peace